Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Himmelsbotschaft am 7. Oktober 2017 Wir sollen damit bewusst werden, dass es etwas in Form kommt. Es kommt etwas in Ordnung. Das kann die berufliche Situation sein, das kann auch die Beziehung sein, das kann auch die Finanzen sein. Wir erleben den heutigen Tag aber nicht als glückversprechend. Viele Menschen bekommen heute eine unangenehme Nachricht. Das kann eine Trennung sein oder eine Kündigung sein. Das kann auch bedeuten, dass einige Menschen Angst haben. Sie spüren, da kommt etwas Neues und sie haben Angst vor diesen Veränderungen. Es ist aber gut, so wie das ist. Diese Trennung hat eine Bedeutung. Eine Kündigung hat auch eine Bedeutung. Die Ängste loslassen hat auch eine Bedeutung, weil erst dann kommt etwas Neues. Und das ist gut so, weil das bringt etwas in Form oder wir bringen etwas in Ordnung. Es ist gerade eine Übergangsphase und das erleben vielleicht nicht allzu angenehm, aber wir sollen verstehen die Notwendigkeit. Haben Sie Interesse auf Ihren persönlichen Himmelsbotschaft, auf Ihren aktuellen Situation, dann können Sie das als Blitzberatung buchen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Sie schreiben mir ein E-Mail. Bitte dazu schreiben, mein persönliches Himmelsbotschaft. Und ich werde diese E-Mail persönlich blitzschnell beantworten. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at.denderasusannamedici.com Und eine Botschaft kostet 10 Euro. Ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.